Es ist ja ein bekannter Hit. Steam, 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 Steam und so weiter. Ja, ja, kleiner Witz, ich weiß. Steam, Steam und alles drumherum. Warum Steam? Warum, äh, ich hab mir so ein schönes Steam-Video gemacht über Ist kostenlos noch zu teuer? Das kann ich klar mit Nein beantworten. Kostenlos ist nie zu teuer. Ähm, warum hab ich das gemacht? Ist ja klar, für meinen, ähm, Gameplay-Kanal brauche ich viele, viele Spiele, viele, viele Programme. Und, äh, ja klar, dann wird man natürlich bevorzugt die Kostenlosen. Ich muss mich selber ein bisschen einbremsen hier, ne? Äh, jetzt geht's aber erst vom Steam. Hier kommen wir auch gleich noch zurück, ne? Das ist eben mein Play-Schwert-Kanal, äh, den man abonnieren muss, damit man die neuesten Spiele zu sehen kriegt, die ich wieder mal unter die Lupe genommen habe, getestet oder einfach nur angeteilt, je nachdem. Schwerpunkt, kostenlos, 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 kostenlos. Und da gibt's mal richtige Gute dabei. Ja, Steam. Ich muss sagen, ich selber habe Steam sehr, sehr lange, ähm, ja, boykottiert, kann man nicht sagen. Ich hab sie einfach ignoriert, ähm, weil damals kam Steam auf und ich dachte, super, wieder einer mehr, die mir irgendwas andrehen will. Vor allen Dingen war Steam damals eigentlich so, die Idee dahinter war, die Leute kaufen sich Spiele und wenn sie sie durchhaben, verkaufen sie sie weiter. Und das mochten die Softwarefirmen natürlich überhaupt nicht. Die haben gesagt, ihr könnt doch nicht einfach Spiele verkaufen, schon gar nicht gebraucht, das geht nicht, das ist verboten. Weil, ihr besitzt ja gar nicht die Spiele, ihr besitzt nur die Nutzungsrechte. Das ist natürlich Quatsch, weil Besitz habe ich tatsächlich an der CD und an der Packung und all den Grimms-Krampf, der dazugehört und den kann ich selbstverständlich auch verkaufen. Das hat denen gar nicht gepasst, deswegen ist Steam ja so toll für die Firmen, weil was du bei Steam kaufst, kannst du nicht weiterverkaufen. So, wie man aber sieht, lohnt sich Steam eigentlich trotzdem, weil es gibt erstens eine ganze Menge kostenlose, wirklich gute Sachen und zweitens gibt es vielleicht nicht die brandneuesten Sachen als Preisknüller, aber doch eine ganze Reihe Sachen kriegt man relativ günstig und dazu kommt natürlich noch, der Verführungsfaktor ist relativ hoch, man hat die Software praktisch sofort, man rennt nicht in den Laden und sucht dann rum und kommt mit irgendwann nach Hause, sondern man kann den Kram einfach direkt bezahlen mit Paypal oder was weiß ich und lädt sich den Kram runter und auf geht's. So, hier seht ihr ja, dass ich schon die ganze Liste hier zusammengetragen habe, nicht alles davon ist gratis, einiges musste ich doch tatsächlich mit Echtgeld bezahlen und mittlerweile gibt es so einiges, wo ich gesagt hätte, der Kauf hätte nicht sein müssen, es gibt sehr gute preiswerte Sachen. Da gucken wir jetzt beispielsweise einfach mal, nachdem, das fängt hier ganz gut an, ihre Entdeckungsliste, mal gucken, wo ist die hier noch versteckt, Wunschliste Neuigkeiten, ich glaube unter Neuigkeiten, nein, wo ist die Entdeckungsliste noch versteckt, gucken wir einfach unter Angesagt, da landet man letztlich immer da. So, bei Angesagt kommt natürlich erstmal das, was sie einem verkaufen wollen und was aufgrund irgendwelcher Suchkriterien, was hat der Kerl schon gespielt, runtergeladen oder gekauft, was so passen könnte. Topseller ist immer eine interessante Geschichte, weil Topseller derzeit Elex ganz vorne, South Park, naja, Player Unknown ist relativ abgestürzt und ziemlich stark durcheinander gerührt, wie diese Liste eigentlich immer, wenn irgendwelche starken Prozentaktionen sind, also wenn richtig, richtig die Preise runtergehen, dann klar, dann schießt einiges andere dafür nach oben. Aber andererseits, ich mag es, wenn Preise runtergehen, das finde ich grundsätzlich immer gut. So, was haben wir denn hier, Kuratoren. Kuratoren sind Leute, die Daddeln und Empfehlungen aussprechen und man sucht sich dann einen Kurator, der so ansatzweise denselben Geschmack haben könnte. Ich habe glaube ich erst einen einzigen und da gucke ich eigentlich nie rein. Aber, 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 wo haben wir denn hier, wo ist meine Wunschliste dabei? Ne. Meine Wunschliste ist übrigens eigentlich nicht wirklich eine Wunschliste, das ist mehr so eine Ich-Halte-Mein-Auge-Drauf-Liste, bis sie irgendwann so richtig im, ähm, wie soll man das nennen, im, ähm, also bis, bis gerade mal wieder so eine Prozentaktion so 80, 90 Prozent runter oder so aufschlägt. Ich suche jetzt gerade eben die Liste, die ich kürzlich hatte, nämlich diese Vorschläge nach, ähm, das könnte dir gefallen. War das unter Empfehlungen? Nein. Doch, unter Empfehlungen möglicherweise. Ah ja, ihre Entdeckungsliste. Da kriegt man jeden Tag ein paar neue, äh, Vorschläge, was so bisher gepasst hat und ich bin ja nun ein, 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 ein Geier erster Güte. Ich gucke immer entweder hier, da steht nämlich der Preis oder ein Stück hier unten hier, da steht auch der Preis und wenn da nicht Null steht oder kostenlos, dann klicke ich einfach gleich auf Weiter. Weiter. Ja, Weiter. Weiter. Und oft genug steht dann erstaunlicherweise da kostenlos, auch wenn es Early Access ist oder vielleicht ein bisschen älter, auf jeden Fall kostenlos. Dann teste ich es sofort an und wie gesagt, das eine oder andere, ja, also hier kommt jetzt erstaunlich wenig, da ist zum Beispiel kostenlos. Last Man Standing, das ist schon mal ein viel versprechender Titel, veröffentlicht am 29. März diesen Jahres. So, ich sehe viele Schießeisen, ich sehe Leute, die ausgerüstet werden und grimmig gucken und ich sehe hier ein paar Fotos, die von der Grafik her vielversprechend aussehen. Deswegen packe ich es mir jetzt auf die Wunschliste, weil das kann ich nachher in aller Ruhe installieren, da ist mal ein entsprechendes Download für nötig. Aber generell, diese ihre Empfehlungslisten-Geschichte, gleich eine neue Liste, die macht Spaß, da findet man Sachen und ich habe bis jetzt relativ wenig gesehen, wo ich gesagt hätte, das lohnt sich. Was haben wir hier? Für 4 Euro ein Arma, ja, was soll man das sagen, ein Einzelspiel. Lohnt sich immer. Ich bin natürlich wieder zu geistig, aber im Großen und Ganzen, super. Da, kostenlos, Ava, New Update und bla bla bla. Kommt die Map irgendwie bekannt vor? Ah, ja, ja, das habe ich irgendwann mal online schon gespielt. Reicht für mich grafisch nicht mehr aus, obwohl es, ja doch, von 2011, das ist jetzt sechs Jahre alt, knapp sieben Jahre alt. Also, gucken wir weiter. 30 Euro hier. Kostenlos. Brain Bread. Okay, ich fürchte, das ist schon ein bisschen älter. 2016 ist es gar nicht älter. Aber ich finde irgendwie, die Grafik ist nicht mehr das, was man heutzutage erwartet. Nein, Grund muss es hier haben, dass es kostenlos ist. Ja, kostenlos muss nicht schlecht sein. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Spielen. Das sieht auch interessant aus. Das wäre aber zu teuer. Eine ganze Reihe von Spielen, die von vornherein auf dieses Prinzip setzen. Wir machen das Spiel kostenlos und nur wer besondere Waffen will oder einen besonderen Schnickschnack hiervon oder besondere was weiß ich, der muss halt bezahlen. Das finde ich ein interessantes Projekt, wenn man sagt, ich spiele für lau, dann zahlen andere für mich, dass ich das für lau spielen kann und wenn die, die was bezahlen, ein bisschen Vorteile haben, dann sei es drum. Was haben wir denn hier? Zone irgendwas. Ach da, S-Zone Online. Ja, also grundsätzlich sieht ein bisschen wie DayZ aus. Ich packe mir das mal auf meine Liste und gucke es mir mal in Ruhe an. Aber Free2Play ist ja schon mal ein guter Ansatzpunkt. So geht das immer weiter. Die nächste Möglichkeit wäre angesagt und dann gucken wir mal nach kostenlos. Leider kriegt man bei kostenlos auch jede Menge Müll natürlich. Aspach uralt, unvergessen, unverkäuflich. Aber hier und da ist immer wieder was dabei, wo man sagen kann, ja doch ist nett. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass letztlich diese Wir-Schlagen-Dir-Was-Vor-Geschichte effektiver ist. Da kommt mir mal rüber. Auch praktisch ist, was wird gerade gedaddelt? Zum Beispiel Dota, Warframe. Warframe habe ich auch schon getestet. Sehr schön. Dota habe ich angeblich mal, nee, habe ich nicht getestet. Steht bei mir aber als angeblich schon installiert. Was überhaupt nicht zutrifft. Mir egal. Alles was gratis ist, sei mir willkommen. Fehlt mir jetzt hier irgendwas auf, was ich auf Anhieb sehen kann. Crossout. Sehr schöne Spiels von denselben Entwicklern wie War Thunder. Und War Thunder wiederum ist das Programm, das sowohl World of Tanks als auch World of Warplanes sehr blass aussehen lässt. Ja, so viel dazu. Dann schalte ich mal einen Bereich weiter, nämlich hier auf meiner Seite, auf der ich die Spielchen dann mal ja anteste. Ich bin ja kein Spieletester und vor allen Dingen gibt es eine Million andere Leute, die vor mir schon irgendwas getestet haben und das meistens besser eine hübschere Aufmachung und überhaupt und so fort. Aber, aber, ich muss ja hier drauf hinweisen, weil ich habe jetzt, glaube ich, auf meinem Langschwertkanal müsste ich an die 3100 und ein paar zerquetschte Abonnenten haben und hier habe ich, glaube ich, 58. Na, und demzufolge muss ich ein bisschen Werbung dafür machen. Ich hüpfe aber mal wieder zurück und zwar hier hin. Ich gehe einfach die hier mal auf die Schnelle durch. Also das ist das, was ich jetzt in letzter Zeit alles gemacht habe, sowohl als Gameplay als auch als, ja, Spielevorstellung, wie soll man das nennen? Fallout. Kennt ihr. Ja, Fallout, die verschiedenen Spielchen. Und hier geht es Fallout Shilter. Und ja, das ist kostenlos. Da hat man hier einen kleinen Shilter, ein Vault und muss den immer weiter ausbauen, beim Laufen halten und so weiter. Für Lau ein super Spiel. Hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ich bin derzeit immer noch dabei. Was haben wir hier? Warface. Verwechsel ich übrigens vorhin gerade mit Warframe. Warframe ist irgendwas mit Science Fiction. Warface ist schlicht und ergreifend ein sehr militärischer Online-Shooter. Können wir mal reingucken. Ich tippe immer hier auf die Mitte. Also da geht es dann schon zur Sache. Das ist ein relativ schnelles Spiel. Eine Gruppe Online-Spieler geht gegen virtuelle Gegner vor. Hier haben wir Argo. Das soll man auch nicht unterschätzen für kostenlos. Das ist nämlich ein Arma 3 Ableger. Wer die Grafik kennt, wird das sofort sehen. Ich habe hier in meinem Testspielchen fürchterlich auf die Fresse gekriegt, weil ich die Map nicht kenne und noch nichts damit gemacht habe und demzufolge also aus jeder nur vorstellbaren Richtung erschossen wurde. Line of Sight natürlich ebenfalls kostenlos ist ein relativ schneller unkomplizierter Shooter. Das geht alles ratzfass. Die Gegner sind schön rot beleuchtet. Sie haben eine langweilige Ecke erwischt. Und also das ist was wirklich unkompliziertes. Man geht rein, man ballert, man geht wieder raus. Man muss nicht die Map sonderlich gut kennen und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr selber austesten. Wie gesagt, ist kostenlos. Double Action Boogaloo schenke ich mir. Katastrophe. Grottenschlecht, uralt, fürchterlich, ignoriert. World of Guns, da habe ich mehrere Sachen zu gemacht. Bei World of Guns kostenloses Spiel übrigens oder ob man das Spiel nennen soll, weiß ich gar nicht. Ich mache es mal groß. Da zerlegt man Waffen. Also man zerlegt sie wirklich. Man kann sie auch im X-Ray-Modus betreiben. Also sich die Waffenteile ansehen. Man kann währenddessen die Waffe drehen in alle Richtungen. Man kann Schnittmuster ankicken. Man kann das ganze Ding zerlegen. Sämtliche Bestandteile und das gilt dann für zig verschiedene Waffen. Also ich finde es genial. Es ist ein bisschen schwierig dadurch, dass man sich durch zerlegen und zusammenbauen muss man sich Punkte erarbeiten. Und wenn man dann die nächste höhere Knarre haben will, dann braucht man schon ordentlich Punkte. Man muss also schon was leisten. Heroes and Generals. Mein derzeitiger Favorit. ein geiles Programm und das dann auch noch für Lau. Richtig große Klasse und auch das arbeitet nach dem Prinzip gutes Spiel mit gratis und wer mehr will, schneller will, der muss eben blechen. Ja, so zum Beispiel. Erstens ist schwarz-weiß und wenn man dann beschussfähig wird, wird es halt ich schinde schon wieder Zeit, ne? Skill. Schnelles, schönes, unkompliziertes Ballerspiel. America's Army seit ich weiß nicht viel, viel Jahren auf dem Markt. Kostenloses Spiel ist nämlich ein Werbespiel für die US Army. Man spielt irgendwie immer die Guten und nie die Bösen. Es ist wirklich ein klasse Spiel. Gut gemacht, gut programmiert. Man hat jede Menge Voice Communication dabei. Hat was. Atomphishing. Naja. Irgendwie russisch und irgendwie merkwürdig und naja. Warum steht da nicht kostenlos dahinter? Ich glaube es ist kostenlos. Day of Infini habe ich zweimal gespielt. Einmal hier, einmal hier. Weil war zwei Tage lang kostenlos und da habe ich mir natürlich gesagt, okay, da stehst du. Hat mir auch sehr gefallen. Drone Racing League. Da kann man mit einer Drohne rumdüsen. Natürlich ebenfalls kostenlos. Muss ich aber sagen, als selber Drohnenflieger seilend. Ich habe ja übrigens auch noch einen etwas verwahrlosten Drohnenkanal. Drohnenkanal, der wahrscheinlich hier unten drunter irgendwo als Link drunter ist. Und also an die richtige Drohnenfliegerei kommt das so nicht ran. Hier zumgegen bei High Octane Drift braucht man einen Controller, den ich nicht habe. The Hunter Call of the Wild. Ich hätte nie gedacht, dass ein Jägerspiel, wo man einfach nur das Buschwerk raucht und irgendwelche Tiere erlegt, dass das so interessant, so unterhaltsam, so entspannt sein könnte. Ich habe das sogar für Echtgeld gekauft. 15 Euro Neurodische Gold Randtale hat es gekostet und ich bereue nicht einen Pfennig davon. World of Guns, klar. The Hunter Classic, dasselbe wie der hier, nur die Online-Version. Die Online-Version ist preiswert, kann aber sehr schnell sehr teuer werden, wenn man noch irgendwelche Extras haben will, wie zum Beispiel eine Jagdlizenz für anderes Wild und so weiter und so fort. War Thunder, natürlich der Klassiker, das absolute Hammerspiel, überhaupt alles kostenlos. Angelprogramm, dieses Programm, das Programm, das ist glaube ich auf der Halo-Engine aufgebaut, das ist praktisch eine kostenlose Einzelspieler-Kampagne dafür. Resident Evil 7 Teaser, der Knaller überhaupt, sowas von gruselig, geniale Grafik. So geht es immer weiter, hier nochmal. The Hunter, Rust habe ich gespielt, diverse War Thunder in der Panzer-Version, dann immer reichlich The Hunter Call of the Wild, weil ich liebe dieses Spiel einfach. Crossout ist von den selben Entwicklern, die auch War Thunder gemacht haben, von daher gehört sie selbstverständlich dazu. Ist ein relativ anspruchsloser Shooter, wo es halt viel kaputtes Blech gibt. World of Tanks muss ja der Vollständigkeit mal erwähnt werden. Ich habe das jahrelang gespielt, ich habe jahrelang Skins dafür erstellt, ich habe einen Skin-Generator programmiert in MS-DOS, also sprich als Batch. Ja, das geht tatsächlich, aber die haben dann so oft die Software geändert oder auch die ganzen Algorithmen, mit denen diese Schatten und so weiter erstellt werden, dass ich einfach nicht mehr gegen ankam und gesagt habe, ihr könnt mich kreuzweise. Außerdem war War Thunder in der Panzer-Version einfach besser. Sorry Leute, muss man ja nun mal sagen. So und so weiter und so fort, ich lege ständig nach, mache ständig neuen Unsinn, schaut hier also mal rein. Zurück zu Steam, ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt, wo man sagen könnte, Mensch, das muss mal gesagt werden. Ja, zum Beispiel, wenn ihr Spiele deinstalliert, könnt ihr das direkt hier machen. Wenn ich hier ein Spiel mit der rechten Maus das anklicke und sage, deinstallieren, dann macht ihr das direkt von hier aus und kratzt mir das auch von der Platte, was sehr schön ist. Die Shadow-Schrift hier heißt, das Spiel ist, sagen wir mal, gekauft, freigeschaltet, was auch immer, aber nicht auf diesem Rechner installiert. Man kann ja also Steam von mehreren Rechnern ausbedienen. Das Interessante ist, seid ihr das suchen. Irgendwo war doch auch angesagt. Sonderangebote? Hatten wir doch auch irgendwo. Erscheint in Kürze, es gibt also eine ganze Menge Vorbestellungsgeschichten. Angebote, genau, hier kriege ich mal Prozente, 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 Prozente. Oder gucke ich eigentlich immer noch hier, 50%, 60%, das ist mir alles viel zu wenig. So, 80%, 90%, gucke ich mal hin, hier haben 85%, The Witcher 2, Assassin's of King, bla bla bla, äh, 75%, was haben wir hier, Viktoria die Zweite, keine Ahnung was das ist, wird aber viel beworben, 75%, Viktoria die Erste, Complete, äh, das ist auch so eine Besonderheit von Steam, man kriegt hier häufig so ein Bundle, also, hier jetzt über Viktoria, und die Viktoria Collection, da sind dann zig, äh, hier, äh, Add-ons, DLC heißen die, die sind alle dann mit dabei in dem Paket, ob man nun 18 Euro dafür ausgeben will, das bleibt einem überlassen, auf jeden Fall, ähm, man räumt da ordentlich ab, und es gibt auch Pakete, wo ich auch wirklich sage, okay, da kannst du nichts mehr falsch machen, da, 1,19 Euro, was sagt man, The Witcher, Enhanced Edition, Directors Card, das habe ich beispielsweise, käuflich erworben, 1,19 Euro, ich muss sagen, es haut mich nicht um, also, ähm, ich bin halt nicht so der Typ für solche, äh, Adventure Geschichten, ich brauche mehr was, wo Körperteile rumfliegen, äh, vorzugsweise, wenn dabei geschossen wird, aber, was haben wir denn hier noch alles, 80%, Warms, aber, Armageddon, ja, sagt mir jetzt so auch nichts, das alte Warms, kenne ich natürlich auch nicht, ob ich da noch einen, ein Armageddon für brauche, Warhammer, ja, das war doch nicht so meine Welt, die Warhammer Welt, ha, ha, 80% gibt es hier, Warms Ultimate, Warms Reloaded, ihr merkt schon, es gibt so gewisse Tage, wo, ähm, gewisse Spielgruppen bevorzugt werden, Trine 2, oder Trine 2, ich habe keine Ahnung, was es ist, nicht die leiseste Ahnung, aber es scheint relativ bekannt zu sein, nur mir mal wieder nicht, noch ein The Witcher, äh, The Witcher, da war wieder das, das deutsche W im Wege, The Witcher, ja, ich glaube, jetzt sind wir auch gleich durch, noch mehr Warms, Trine, Trine, was auch immer, Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts, aha, das werde ich mir gleich mal ansehen, ach, das ist der Typ mit dem John Wayne Hut, ich denke immer, das ist ein Western, und dabei ist das, hä, Big Game Hunt Pro kaufen, das werde ich mir mal auf die Wunschliste packen, ich habe immerhin für das, äh, The Hunter, Call of the Wild, habe ich 20 Euro hingelegt, nein, 19,99 Euro, das war jetzt keiner Sonderding, und, ich müsste mir mal angucken, für 6 Euro, na, wer weiß, vielleicht mache ich das ja sogar, aber, zu einem späteren Zeitpunkt, sollte ich es mir kaufen, dann werde ich euch da auch schön was zu zeigen, aber wie gesagt, ich gucke vorher bei YouTube, mal bei anderen Gamern, und die sollen mir dann zeigen, wie schön das Ganze ist, 75%, Flat Out, nie gehört, Flat Out, hat was mit Flatulenzen zu tun, wahrscheinlich, noch mehr Worms, noch mehr Worms, noch mehr Worms, ja, ist ja gut, Würmer, überall Wormer, besser als überall Spinnen, ihr spinnt wohl, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, Pathologic, Klassik, Pathologisch, Pathologie klassisch, interessanter Name, ist das ein Adventure rund um Leichen, ich gucke einfach mal rein hier, auch sehr schön, Klassik, Psychedelische, First Person Survival Game, also die Thematik gefällt mir, aber ich fürchte, die Grafik, schon ein bisschen abgeranzt, ne, da ist schon eine Hexadezimale Patina auf den Wänden, gut, und so weiter, und so fort, und so weiter, ihr kennt euch vermutlich alle mit Steam sehr viel besser aus als ich, weil ich ein alter Sack bin, und mich mit so modernen Sachen wie dem hier noch gar nicht so richtig befasst habe, Oh, ich erinnere mich ganz dunkel, davon habe ich mal irgendwie eine Demo gesehen, Sir, you are being hunted, da wird man irgendwie von allen möglichen Wesen, Leuten und so weiter gejagt, in einer interessanten Umgebung, aber auch da ist die Grafik, bisschen merkwürdig, spielt da eine Posaune, ja, eine Posaune ist nicht etwa eine, ein Schwitzbad zum Sitzen, bla 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 bla, ich fülle nur ein bisschen ab, bla bla bla, ich habe da eine 85 gesehen, The Dog Eye, interessanter Name, 75 waren hier, Unity of Command, The Stalingrad Campaign, das sieht aber mehr nach, ja, von wegen das Flash Plug installieren, so seht ihr aus, das sieht nur mehr Strategie aus, hier als nach Ballerspiel, in diesem Sinne, nutze ich das schamlos, als super Vorwand, das einfach abzubrechen, vielen Dank fürs Zuhören, sofern ihr das überhaupt getan habt, und so oder so, falls ihr das nicht getan haben solltet, dann wisst ihr jetzt gar nicht, was hier drin war, guckt auf meinen Game Kanal, abonniert ihn, macht mich glücklich, Geld verdiene ich damit leider keins, genauso wenig wie mit meinem Langschwertkanal, auf dem ihr jetzt gerade seid, aber ich habe meinen Spaß damit, das ist schließlich der Sinn der ganzen Übung.